Hallo, Minecraft-Freunde. Minecraft-Freunde. Eieruhr. Ja genau, stell mal die Eieruhr. Diesmal vergiss sie nicht. Nein, diesmal vergesse ich sie nicht. Minecraft-Freunde. Hallo. Also, wahrscheinlich wundern sich jetzt einige, was macht der da? Tja, ich habe etwas herausgefunden und ich hoffe, es funktioniert auch hier. Was ist das? Das soll mir Mossy-Koppel generieren. Also so eine vollautomatische Cobblestone-Maschine oder wie? Nein, wir mussten Koppelstein. Ach, wir mussten. Koppelstein sei schon, Pflasterstein. Aha. Und zwar, hier vorne hatte ich ein paar Blöcke gesetzt gehabt, weil hier lauter Monster drumherum waren. So, die hatte ich aber nicht wieder weggemacht, nachdem ich alles mit Fackeln gesichert hatte. So, und nun hatte sich hier zwischendurch Bemusterpflasterstein entwickelt an der Stelle. Da habe ich inzwischen fünf Stück. Okay. So, und ich denke, dass das mit dem Teil da oben irgendwie zusammenhängt und deshalb habe ich das hier gebaut. Ich weiß nicht, ob das mit Wasser auch geht, weil bisher war es nur auf der Seite, wo die Lava runterfloss. Und genau das will ich herausfinden, ob das klappt. Das heißt, hier sieht man ja, ich habe jetzt mal alle Partikel eingeschaltet, das heißt, hier tropft es durch. Und ich denke mal, dass das der Grund ist, warum da vorne Bemusterpflasterstein entstanden ist. Genau das will ich herausfinden. Deshalb habe ich das mal gemacht. Ein Becken mit Lava und ein Becken mit Wasser. So, wir werden mal sehen, ob es funktioniert. So, erstmal wieder voll machen. So, da muss ordentlich Lava. So, dann brauchen wir ganz viel Stein noch. Stein habe ich ja gemacht, jede Menge. Das heißt, daran soll es uns nicht fehlen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal, das machen wir, nee. Nee, nee, das brauche ich ja auch für den Fußboden. Das heißt, ich mache erstmal oben schon mal den Fußboden hin. So, der muss auf diese Höhe. Und ja, ich bin schon wieder mal gestorben, deswegen ist auch mal eine Pengege weg. Metos, warum ist eigentlich hier alles rot? Äh, inwiefern alles rot? Ja, hier in unserem Schmelzofen, da ist wieder rot. Weil ich da was anderes reingemacht hatte. Ich hatte da was ausprobiert. Aha, okay, das ist aber kein Blut. Nein, 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 ist kein Blut. Äh, ach, übrigens, da ist, ähm, komm mal mit. Hm? Ich habe hier, äh, verbrannte, äh, Dinger hier gemacht. Ja. Also, die Quest kannst du abschließen und dann stellst du das mal auf, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Oder machst du das am besten in deiner Aufnahme? Und dass die Zuschauer das sehen? Ja, 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 ja. Das machen wir, das machen wir. Ja? Machst du in deiner Aufnahme dann? Ich überlege gerade nur, welche, welche waren das nochmal? Welche Quest? Such die nämlich gerade. Äh, Moment, Moment, Moment. Mal gar nicht gleich sagen. Ähm, das war, Moment. Äh, Steel Powered Flight. Hab ich. Und dann das mit den High Oven. High Oven? Ja, steht da. High Oven Hidgings. Okay, hab ich. Und dann kannst du das, äh, Deep Tank kannst du auch abschließen. Ja, ja, hab ich schon gemacht. Das heißt, du musst das jetzt alles aufstellen. Ja, jetzt nicht, äh, nachher, wenn deine Aufnahme ist, dass die Zuschauer das auch sehen können, würde ich sagen. Ja, ja, gut, gut. Weil ich könnte mir vorstellen, dass deine Zuschauer das auch interessiert. und meine Zuschauer würden sie auch gerne sehen, also müssen sie dann bei dir gucken. Wo habe ich das jetzt? Ich denke zumindest, dass sie das gerne sehen würden. Äh, was, äh, ernsthaft? Was denn? Äh, wenn ich Eisen schmelze, bekomme ich einen versenkten Ziegelstein. Äh, weiß. Das klingt komisch, ist aber so. Okay. Ich probiere einfach nochmal aus. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja sehr, äh, merkwürdig. Was wir brauchen ist Stahl. Das Ganze. Ja, deswegen. Und ich glaube, dieser Hochofen ist dafür verantwortlich. Ähm, weißt du, was dafür verantwortlich ist? Ich glaube, das, was du da gecraftet hast, verbrannte Öffnung. Ich glaube, dass dieser verbrannte Ziegelsteinofen, der müsste eigentlich, glaube ich, daraus müsste man, glaube ich, irgendwie Eisen, ähm, Stahl dann herbekommen. Ja, da musste Eisen irgendwie da drin, äh. Das ist ja nämlich genau der Ofen, auf den ich die ganze Zeit hingearbeitet habe, wegen dieser scheiß Eisen-Stahl-Quest, weil ich den gebraucht habe. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe Stahl gebraucht. Oder weißt du was, ich komme jetzt zu dir? Nee, 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 das mache ich nachher, weil ich, nee, nee, ich mache das nachher, weil ich will, ich will nachher eh was ausprobieren. Achso, okay, okay. Will da nachher eh was ausprobieren. Ähm, weil ich habe da auf irgendein, ich weiß nicht mehr, welche Quest das war, auf irgendeine Quest habe ich hingearbeitet. Und für diese Quest brauche ich auf jeden Fall Stahl. Ja. Um die irgendwie abschließen zu können. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, welche Steel Power, welche Quest es ist. Stahl brauchen wir in mehrerer Hinsicht, davon ab. Dampfturbine, Turbinengehäuse. Irgendeine Quest habe ich hingearbeitet. Und habe schon so viel angefangen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau welche. Irgendwo habe ich Stahl, brauche ich Stahl für irgendwas. Aber ich schmelze jetzt nochmal zwei Eisenbarren und gucke, ob das wirklich ernsthaft, ob da wirklich versenkter Ziegelstein rauskommt. Also, das kann ja wohl nicht sein, dass wenn ich Eisen schmelze, dass ich da versenkten Ziegelstein rausbekomme. Was soll denn das? Aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, brauche ich, um Stahl herzustellen, brauche ich, glaube ich, Redstone. Und irgendwas anderes noch. Doch, Tatsache, wenn man Eisen schmilzt hier im Ofen, dann bekommt man versenkter Ziegelstein. Das ist eine Tatsache. Ist so. Können wir nichts dran rütteln, können wir nichts dran pöppeln. Ist einfach so. Okay. Moment, ich muss mal gerade was machen. Weil sonst habe ich wieder ein Kätzchen in der Aufnahme. Das ist nie so gut. Was, ein Kätzchen in der Aufnahme? Ja, meine Katze meint immer, sie müsse auch mit in die Aufnahme. Die habe ich gerade mal... Angelblock? Zwölf Stück? Okay. Was ist denn da los? Warum ist denn unsere Brücke kaputt? Äh, ich habe aus dieser Tasche so einen Angelblock gekriegt. Okay. Also da, bevor ich da irgendwas mit mache, ähm, ich mache das erstmal in die Ruhe rein. Und dann google ich erstmal, wofür das gut ist. Wie ich das genau einsetze. Auf jeden Fall ein Angelblock. Halt, ich brauche doch Holz. Ich depp. Ich brauche doch... Habe ich da genug ausgeleuchtet? Ja, ich renne noch dreimal hoch. Boah. Ich brauche einen Enderman und ein Skelett auf der Brücke. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es so. Äh, okay. So. Äh, warum nimmst du keine Axt mit? Warum nicht? Die macht ordentlich Damage. Hm? Kommt denn der da? Wow. Der Enderman schon wieder, der hat den Katten hier umgesetzt. Komm, mach auf. Die klauen den nicht nur. Also die, die Sachen. Die stellen sie auch einfach irgendwo wieder ab. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitgekriegt. Ich bin jetzt bei Jersey drüben. Ich, ich schmeiße dem Zeug zum Essen hin. So. Achso, eine Kakteenfarm habe ich auch gebaut, Hubi. Gut, dass die unser Haus da hinten bauen. Achso, und da wollte ich meinen Zuschauern nochmal was zeigen. Einen kleinen Trick. Mhm. Einen kleinen Trick, passt mal auf. Ich geh jetzt mal hier runter. Und schau mal hier. Von hier aus zu. Passt mal auf, was sich passiert. Bum. Hahaha. Ist zugegeil. Also Jersey scheint sich gerade tierisch über meine kleinen Geschenke zu freuen. Tja, liebe Zuschauern, sagt mal was dazu. Ich schenke dem gerade übelst Karotten, voll viel Brot und Samen. Achso, okay. Also ich schmeiße dem gerade, ich schmeiße dem gerade Essen hin. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was die eher brauchen ist Koppel, glaub mir. Weil mit Koppel fängt alles an. Also damit wird es ihm wahrscheinlich größeren Gefallen tun. Okay, schmeiße ich ihm einfach mal ein wenig Koppel hin. Jo, kannst du ihm ruhig so zwei, drei Stacks hinschmeißen, weil was ich gefarmt habe, das ist, äh, wow. Äh, so, jetzt wollte ich erstmal gucken. Ähm, da. Können wir die Zombie Quest schon wieder machen? Achso, Hubel, du müsstest die Zombie Quest auf jeden Fall schon wieder machen können. Ja. Dann gucke ich gleich mal nach. So, das... Äh, babam. Da mit rein. Jo, ist gemacht. So, jetzt gucke ich, dass ich wieder irgendwie zurückkomme, ohne zu sterben. So, dann schmeißen wir hier gleich wieder was in den Tank. Oh. Leg of the Doom. Schon wieder Leg? Komm wieder zurück. Oh, oh, oh. Fast wäre ich gestorben. Alles nur wegen einem kleinen Leg. Gut. Zack, zack, ich komme zurück, gehobbelt. Oh, Holz, Holz, das brauche ich doch. So, der wird sich jetzt erstmal freuen. Für die ganzen Geschenke, die ich ihm da mitgebracht hatte. Oh, jetzt komme ich nicht mehr aus dem Wassertümpel raus. Was ist da los? So, jetzt satt. Oh, Medos, ich bin zurück von meiner Odyssee. Okay. Odyssee. Oh ja, ich kann wieder Weizenfeld abfarmen. Jo. Kannst du wieder ein paar Brote machen. Ach, wenn ich Weizenfeld mit rechts... Ah. Ja. Dann wird es gleich direkt neu besamt quasi. Besamt. Äh, nachgeglanzten, sagen wir lieber. Ja, gut, also es wird gesamt wieder. Ach, und der pflückt dann auch nur das ab, was auch schon fertig ist. Jupp. Das liegt aber an der Mod wahrscheinlich, oder? Ja. Das liegt an der Mod. Das ist nicht Standard-Minecraft. Ja, ich wollte gerade sagen, weil Standard-Mäßig ist das mit Sicherheit nicht drin. Nein. Hast du eine Spitzhacke? Eine Spitzhacke. Äh, schau mal in die Kiste, wo die Schablonen sind. Oder daneben. Ähm, da irgendwo muss das sein. Das sind grausige Geräusche. Äh, nach wie vor grausige Geräusche. Äh, ich finde keine Hake. Und warum finde ich keine, weil Metos wieder viel zu viel Ordnung hält. Es ist so. Ich finde gerne die Sachen wieder und suche gerne da in den Kisten rum. Ach doch, ich suche gerne. Ich suche gerne, weil dann sieht man, was man so alles hat. Das ist richtig geil. Ja, das sehe ich auch so. Wenn ich es sortiert habe. Äh, ha. Also, ich finde keine Hake. Muss da sein. Ich finde nichts. Keine Hake. Habe ich doch eine da reingelegt gehabt. Wenn nicht, muss da eine neue machen. Zwei Stiele, zwei Blöcke, fertig ist die Geschichte. So, hier, das lasse ich mal noch offen. Dann kann hier quasi schon die nächste Etage beginnen. Äh. Das heißt, äh. Wo sind jetzt Ticks? Nur bis dahin. Wo sind die Sticks alle? Hier müsste ich jetzt mal, dass ich hier aufsetze kann. Da sind Sticks. Ich habe Sticks gefunden. Metos. Ja, hast du gefunden? Habe gefunden. Zwei Sticks. Ah ja, klar. So. Zack. 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 Zack, 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 da. Zack, 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 zack. So. Zack, zack. So, genau. Zack, 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 zack. Zack, zack. Hä? Da. Mehr habe ich nicht mitgenommen. Voll lustig, ein Goldschwert sieht aus wie eine Hake Ist dir das schon auch gefallen? Ein Goldschwert, ja das liegt an deinem Resource Pack mit Sicherheit Bist du dir da sicher? Ja Bei mir sieht es aus wie eine Hake Ja Bei mir sieht auch die Hake aus wie eine Hake nur das Goldschwert sieht aus wie wie eine Hake Weißt du noch, wo ich da uns mal Goldschwerder gemacht habe? Die sahen aus wie eine Goldharke obwohl es eigentlich Goldschwerter waren Weißt du was ich meine, Metos? Okay Mal gucken was der Metos hier macht Ach, der baut die Innenwände aus Okay Sieht sehr interessant aus dieses Gebäude Ja, ne? Ja Doch Und ich versuche sehr materialsparend zu sein So, und ich hole mir jetzt auf jeden Fall einen Hammer Zumindest von Holz her Ich hole mir jetzt auf jeden Fall einen Hammer und dann fange ich dir an noch ein bisschen Sand zu machen Das finde ich richtig gut So, wo packe ich das rein? Einfach mal da rein Blub, blub Aber zunächst kraften wir erstmal ein bisschen Brot Wir brauchen ja Brot ohne Ende Stop So Hier geht das dann hoch Dahinter sind die Fenster dann Das heißt hier Genau Doch, doch So, wir haben aber nur Wir haben aber Wir haben aber Wir haben aber Wir haben aber Kein Kies mehr, ne? Wir haben ja jetzt nur noch hier Gedöns Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut So, du hast hier schon wieder so ein bemoostes Ding, ne? Das ist falsch Das ist falsch Das muss ich hier anders machen Hier kommt doch gar kein Holzfußboden hin Hier kommt doch Wiese hin Und das da hinten soll eine 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 bemooste Stein Dings sein Farmmaschine Für bemoostes Zeug Oder wie? Ähm Ja Ich hoffe Ich hoffe, dass es funktioniert Äh Also zumindest Glaube ich, dass es durch Durch diese Tropfen Also dadurch Was da runter tropft Dass dadurch Der bemooste Stein entstanden ist Ich weiß nicht Ob vorne schon wieder Bei der Koppelmaschine Bemooste Stein entstanden ist Äh Einer Ja, genau Siehst du? Einen habe ich gesehen Siehst du? Auf jeden Fall Und deshalb denke ich Dass es dadurch funktionieren könnte Okay Achso Ähm Ja gut Das mache ich gleich Weil die Womostensteine Die brauche ich später Um Äh Die Selbstreparatur Der Werkzeuge zu machen Okay Das war nämlich Kriegen wir schon irgendwie raus Hoffe ich zumindest Weil ich hatte auch schon gegoogelt Ne Hab auf YouTube Überall geguckt Und hab an Google geguckt Und Ne ich Ich finde da nichts So Hier Soll Erde rein Ich hatte doch extra Ganz viel Erde gemacht Ja was heißt ganz viel Auf jeden Fall Auf jeden Fall nicht wenig So fast ein Stack Hatte ich Und das will ich da rein haben Das heißt Das heißt Das heißt Das heißt Das heißt Ich will mal gerade gucken Ähm Da Kommen nämlich die Stufen hin Da kommen Stufen hin Das wäre nämlich sonst falsch Weil hier Hier kommen nämlich Kommt nämlich direkt die Erde drauf Ach Hubi Ja Äh wenn du Du kannst mich auch Fakts ab nennen Äh Ich finde Hubi schöner Ich weiß Das erinnert mich nur an Liscario Der immer so Immer in Aufnahmen nennt Der mich immer Fakts ab Ey Fakts ab Ey Fakts ab Komm mal her Fakts ab Ey Fakts ab Guck mal hier Ey Fakts ab Ich so Du kannst mich auch einfach nur Hubi nennen Ja aber ich hab doch in meiner Videobeschreibung Fakts ab drin verlegt Der kann dich einfach Hubi nennen Ich soll dich einfach Fakts ab nennen Oder wie oder was Okay ähm Da haben wir die Erde Die brauche ich Dann haben wir hier Ne hier war das nicht Das war das falsche Das da brauche ich Aber nur eins Wow hier leckt gerade ein Enderman bei mir rum Aber sowas von Ich komme ja schon so ein bisschen vor wie auf ein altes Live-Server Der Enderman der versucht immer die Kakteen zu klauen Und verletzt sich selbst dabei Manchmal gelingt es ihm aber Echt? Wo hast du Wow Echt jetzt? Schon? Echt jetzt? Ja Wow Aber das will ich Mit der Erde Das will ich noch schnell zeigen Wo hast du Wo hast du die Kakteen Oder warum hast du da Kakteen hingepflanzt? Äh Weil wir Kakteen auch irgendwann brauchen Mit Sicherheit Okay Und der versucht die zu klauen Er hat eine Kakteen Der Dreck sagt Oh Ja der setzt die irgendwo wieder ab Das hat er schon ein paar mal gemacht Der klaut die und setzt die irgendwo wieder ab Warum klaut der die? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Der klaut sowieso alles Was nicht nieder- und nagelfest ist So Und jetzt machen wir das hier Zack Und dann wird das alles schön grün Und dann müssen wir noch mehr Erde machen Dass das bis ran reicht So du Arschkeks So Und hier Hier mach ich mit Stufen Okay Ich sag erstmal Bis zum nächsten Mal Also bis in Hubis Folge Ja Und Tschüss Tschüss